Kommen wir zu den Sachen im Aussenbereich von Marco Polo. Wir haben den AdBlue Diesel Tank versteckt unter dieser Klappe. Oben schwarzes Diesel, unten speziell AdBlue Blau, so wie es hier noch zu finden ist. Das ist hier drin. Dann Frischwasser und Strom finden wir hier unter dieser schwarzen Klappe. Einmal Frischwasser. Um aufzumachen, ist das hier der Schlüssel vom Autoschlüssel, der drinnen ist. Und nebenan ist die Speisung vom Stromanschloss 230W. Wo das Kabel auch im Balken ist. Dann Heckenbereich. Hier kann man separat die schwarze Glas-Heckklappe aufnehmen. Da ist der Schalter hier unten dran. Wichtig ist, die muss gut geschlossen sein. Solange sie nicht verriegelt ist, kann man die Heckklappe selber nicht aufmachen. Das darauf zu achten. Man kann das also separat über einen Schlüssel aufmachen. Dann im Aussenbereich befindet sich ein Kopmarkise. Sprich Sonnenstorfer. Hier oben drauf ist. Mitmacht. Untertitelung aufgrund der Wirkung der 전asuf nacional CDU und Ganze Das ist hier in die Seniode. Und das er spielt. Vielen Dank.